Und so kommst du fort, kommst du an die Kante? Haben wir auch schon an. Und du legst dich hin. Beine anhöckeln, strecken, richtig reinziehen. Genau, richtig mit der Brust hoch, richtig hochrutschen. Kamera schon an? Ja, die läuft schon. Guckst du da noch vorne mit dem Kamerawinkel? Guck mal her, die strafft man hier noch ein bisschen. Wird besser? Ja. Wieso? Ja. Kennst du die eigene Co-Pilote? Ja, hallo. Oh, du darfst dich auch noch rein. Ich noch beschäftigt. Beine anhöckeln. Und schön strecken. Immer weiter nach vorne rein drücken. So, meine Liebe. Die Rolle kannst du einfach noch schütteln. Halt, nicht erschwenken. Ich spanne hier, oder? Ja, legst du mal richtig rum. Wupp. Hallo. Koppel mal an. Ach, lustig. Rot, aerodynamische fünf, grün, ach, lustig. Hände lässt sich nicht laufen, Arme lässt sich locker. Ja. Hände nehmen wir von mir. Machen wir schön so ein bisschen. Und du gleich stößt den ganzen Fluss. Okay. Im Ziel einfach liegen bleiben und ich sagen, wenn du ausstieg. Okay. Viel Spaß. Danke. Ach, lustig, ja. Rot, aerodynamische fünf, grün, ach, lustig. Wenn wir das nicht laufen, Arme lässt sich locker. 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 Hier so ein bisschen flatten. Gut. Nicht ganz raus, nicht ganz rein. Gut. Liegen bleiben. Auf geht's. So, dann geht's los. 3, 2, 1, go. Ah! 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 Gott, ich wollte ihn ja auch viel schneller als Papa. was Hallo! 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 Danke schön! Hallo! Hallo! Bleib mal kurz liegen bitte! Wie war's denn? Super! Wunderbar! Wie war dein Flug? Sehr schön! Wenn du möchtest, kannst du schon die Füße rausnehmen und aufstehen! Die Brille kannst du auch schon hochsetzen! Häng dich hier mal aus! Gehört ihr zusammen? Ja! Ein bisschen nach vorne! Da ist die Strecke mit drauf! Dann kannst du noch mal drüben fragen wie es war! Na? War schön? Ja! Ich hab gleich noch drauf! Warte, wo ist die Brille davor? Schöne, was? Ja! Dann schön, dass ihr da wart! Alles klar! Dann geben wir hier eine Werbung! Ja, dann geben wir hier eine Werbung! Dann geben wir hier eine Werbung! Dann geben wir hier einen Halt! Vielen Dank.